Hallo, ich bin Inika Hans. Ich habe hier eine Ausstellung in Kunsthalle Wien am Chaosplatz. Was ist los? Und ich schlage gerne ein paar Ideen für, um im Design anzusehen hier in Wien und interessante Orte, um hinzugehen. Die Werkbundsiedlung ist interessant für mich, weil das ist damals aufgestattet als ein Projekt mit internationalen Architekten aus Europa. Österreichische, Deutsche, Holländer, Rittfeld hat auch da gebaut. Und es war eine neue Idee über modernes Wohnen. Und was vielleicht auch in dieser Zeit interessant ist, das ist eine Mischung von Architekten über die Welt, Europa damals. Aber vielleicht ist es ein aktuelles Thema, auch um zu umarmen, hier jetzt in unserer Zeit. Ich bin ein ganz großer Rittfeld-Liebhaber und der ist ein super Typ aus Holland, der auch gebaut und Design gemacht hat. Und da fühle ich mir ganz mit verknüpft auch. Die Session ist ein wichtiges Gebäude in der Kultur von Wien. Damals gab es Designer, Künstler, Maler. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es wahnsinnige Typen, die hier in Wien herumspaziert haben und rund gedacht haben. Auch Typen wie Freud, das ist natürlich kein Künstler. Aber diese Zeit war so wichtig. Das verknüpfe ich mit Session. Ja, wenn man in Wien ist, muss man einen Kaffee trinken und irgendwo auf Kaffee gehen. Es gibt wahrscheinlich noch viel, es gibt unbedingt viel mehr und für Wiener vielleicht noch mehr Interessantere. Aber Brückel finde ich ein schönes Kaffee, um einen Kaffee zu trinken und auf der Terrasse zu sitzen. Wollte ich hingehen. Kann ich advisorsieren. Brückel ist noch so ein bisschen alt, wie die alte wienerische Kaffeehausen ausgesehen haben. Ist nicht das letzte Design von dieser Zeit, was man da sieht. Aber das Gefühl, die Ambience ist auch etwas, was ein Designer eigentlich verknüpfen muss mit seiner Arbeit. In Mack gibt es die Tonette-Ausstellung, die ist permanent da. Und wenn man Design wirklich liebt und wenn man Wiener Design interessant findet, muss man eigentlich nach dieser Tonette-Permanent-Ausstellung gehen. Weil Tonette ist so verknüpft und so wichtig für Wien gewesen, für Design auch. Das war der allererste Mass-Producer auf Möbel in der Welt, in einer Zeit, wo wir mit vielen Leuten, 1848 haben die den Stuhl 14 gemacht, 1859 haben die den Stuhl 14 gemacht, in einer Zeit, wo Leute überall über die Welt gereist haben, sich verreist haben. Italienische Familien mit 28 Kindern sind nach Amerika gegangen. Tonette hat zum ersten Mal 36 Stühle in einem Kubikometer verpacken können. Das bedeutet, dass die billig viele Stühle mit dem Schiff über die See bringen können. Und da, weil es industriell produziert war, für Leute, die nicht viel Geld haben, doch einen Stuhl verkaufbar machen können. Für all die 28 Kinder ein Stuhl in der Küche bei den italienischen Migranten. Das ist ganz interessant. Aber Tonette ist auch technisch und wie man Möbeln macht, sehr interessant, weil die haben mit diesem gebogenes Holz natürlich angefangen, eine billige Methode zu machen als diesen ausgeschnittenen Kurben und so auf Möbel, die man damals hat. Jetzt ist das gebogenes Holz etwas, was viel teurer ist als damals, weil es ziemlich viel Handarbeit da eingegeben hat. Damals war es weniger Handarbeit, aber jetzt ist es noch ziemlich viel. Aber was interessant ist auch, dass jetzt bei Tonette, kann man sagen, damals 1859 Quadrat Kubikometer mit Stühle. 100 Jahre später gibt es Ikea, 1959, die fangen an flach zu verpacken. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir online Sachen kaufen und brauchen wir drei teilige Sofas und einen Briefkasten zu Hause besorgt. Das bedeutet einen anderen Schritt für Designer mit Flachverpackung. Und so ist Tonette immer, immer wichtig gewesen für Design und Vorbild gewesen, für wie man mit Möbeln umgehen kann und Inspiration. Und man soll das alles ansehen, weil es sind tolle Modelle dazu. Lobmeier, das kennt man, es ist ein Laden da, aber was nicht viele, man kann da hochgehen. Und wenn man an einem Obersturmgestock ist, habe ich ein Jahr her ausgefunden, super schön, gibt es da die alten Sachen von Lobmeier, die das ein bisschen ausgestellt haben. Es ist ein bisschen, es ist nicht, es ist alte Ausstellung und alte Glasschranken, wo die Sachen hingestellt sind, die sind nicht immer abgeputzt, aber es sieht super schön aus, ich mag das gerne, weil da sieht man die Prototypen, die losgemacht hat oder Wagner mit Glas oder ein paar Stücke, die Einzelstücke jetzt sind. Aber das ist die Historie von Lobmeier da. Und ich denke, es ist schön, um an die Erdgeschoss anzufangen, aber da oben, das ist eine kleine, feine Ausstellung. Naja, rien, ich denke, es ist auch schön, um zu sehen, was das Moderne Wien bietet. Und eigentlich ist es natürlich ein Pop-up in einem altes Kaffeehaus, der geschlossen ist, das gibt jetzt einen riesigen Walfisch. Das ist so ein Pop-up-Kaffee mit jungen Leuten. Es kann auch interessant sein, um so etwas anzusehen, neben all diesen alten Sachen, die wir schon beredet haben.